So, jetzt angekommen ich am Campingplatz. Nach ungefähr 33 Kilometern bin ich jetzt hier am Riverton Campingplatz angekommen. Ich denke, ich weiß nicht, ich bin heute so 33 Kilometer gelaufen oder so. Bin um 11 gestartet. Jetzt ist es um die 6 Uhr. Ist auf jeden Fall ein wunderschöner Campingplatz. Ich werde mir jetzt noch schnell was zu essen einkaufen. Dann geht es duschen und dann auch möglichst schnell ins Bett. Also dann, gute Nacht. Bevor ich schlafen gehe, bekommt ihr natürlich noch ein paar Eindrücke des Tages. Also dann viel Spaß damit. So, das ist der Orotie Beach. Das wird jetzt, den laufe ich jetzt bis Riverton lang. Das sind ungefähr 23 Kilometer. So, seit einer Stunde Already Beach unterwegs. Mittlerweile vor mir und hinter mir nur noch ein paar Tropfen abbekommen. Aber die Temperatur ist immer noch sehr gut zum Wandern. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.